Einige Leute haben Bedenken in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen der Covid-19-Impfung. Was diese Menschen unter Langzeitfolgen verstehen, ist, dass ich mich heute impfen lasse und vielleicht ein Jahr nach der Impfung eine Nebenwirkung auftritt. Das ist aber ein Missverständnis und passiert so gar nicht. Warum? Nebenwirkungen treten immer innerhalb weniger Wochen oder Tage nach der Impfung auf, da sie durch die Immunreaktion auf die Impfung hervorgerufen werden. Warum gibt es dann überhaupt den Begriff Langzeitfolgen? Damit sind seltene Nebenwirkungen gemeint, die zwar kurz nach der Impfung auftreten, die aber so selten sind, dass es teilweise Jahre braucht, bis man genügend Menschen geimpft hat, um einen Zusammenhang mit der Impfung herzustellen. Natürlich ist die Corona-Impfung nicht frei von Nebenwirkungen. Diese sind aber sehr selten. Gerade weil die Impfstoffe schon hundertmillionenfach verimpft wurden, konnten diese seltenen Nebenwirkungen so schnell identifiziert werden. Das bedeutet, wir kennen bereits Langzeitfolgen der Covid-19-Impfung. Natürlich könnten jetzt noch seltenere Nebenwirkungen bei einem in eine Million Geimpften auftreten. Aber verglichen damit sind die bekannten Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Corona-Infektion ungleich größer. Einige Personen möchten dennoch lieber auf Totimpfstoffe warten. Sie meinen damit Impfstoffe mit abgetöteten Viren, wie sie auch bei der Grippeimpfung eingesetzt werden. Diese können auch recht gut vor der Erkrankung schützen. Das Problem ist aber, dass gerade bei neu entwickelten Totimpfstoffen wiederum Daten zu seltenen Nebenwirkungen fehlen und erst vorliegen werden, wenn damit Millionen von Menschen geimpft worden sind. Und während man auf solche Daten wartet, ist man natürlich dem Risiko der Infektion ausgesetzt.